Auch Prinzen leiden unter typischen Beziehungsproblemen. Fast jeden hat es schon einmal zurück zum Ex-Partner getrieben. Prinz Harry, 31, kann sich derzeit noch nicht ganz von Ex-Freundin Cressida Bonas, 26, abwenden. Erst vor kurzem machten Gerüchte über ein Liebeskummerback mit Ex-Freundin Cressida W., 29, die Runde, jetzt ist eine andere ehemalige, Cressida, Gesprächsthema Nummer 1. Wie die britische Zeitung Daimai berichtet soll der junge Royal seinen 31. Geburtstag mit Cressida Bonas verbracht haben. Die beiden waren von 2012 bis 2014 offiziell ein Paar, bis sie sich im Streit über die Hochzeit eines Freundes trennten. Liebes aus für Cressida, nachdem Harry vor zwei Tagen bei einer offiziellen Verlobung als Gast zugegen war, soll er per Helikopter nach London zurückgereist sein, um seinen Geburtstag zu feiern. Die Party fand im Kreis enger Freunde in einem Pup statt, unter ihnen auch die schöne Cressida. Besonders brisant, die blonde Tänzerin soll sich am selben Tag von ihrem Freund, dem Schauspieler Edward Holcroft, 27, Kingsman, de Secre Zavist, getrennt haben. Wirklich nur Freundschaft? Harry scheint jedoch nicht der Grund für Cressidas Trennung zu sein, Freunde der beiden sollen der Daimai zufolge Gerüchte um eine erneute Beziehung dementiert haben. Das Sexpaar sei einfach nur gut befreundet, hätte auch einen gemeinsamen Bekanntenkreis und würde sich deshalb immer wieder begegnen. Harry und Cress sind immer in Kontakt geblieben und mögen sich. Sie sind momentan nicht zusammen und, auch wenn man niemals nie sagen soll, ich wäre sehr überrascht, wenn es jemals wieder dazukommen würde, sagte ein Freund. Stopp ich, ihr bleibt. und